Musik Nutzen Sie einen gemeinsamen Ausflug oder eine Aktion Ihrer Gruppe oder Gemeinde, um für sich zu werben. Oder einfach, um ein schönes Erinnerungsstück zu schaffen. Machen Sie Aufnahmen von den Teilnehmern aus verschiedenen Positionen. Halten Sie Ausschau nach Möglichkeiten, um Ihre Kamera abzustellen. Dadurch werden Ihre Aufnahmen ruhiger und der Film gewinnt an Qualität. Vermeiden Sie häufiges Zoomen. Diese Bilder werden oft unscharf und die Qualität Ihres Filmes leidet darunter. Alternativ können Sie die Kamera schwenken. Nehmen Sie Sehenswürdigkeiten oder andere schöne Bilder auf. Musik Sie können auch andere Geräte wie Smartphones oder digitale Spiegelreflexkameras zum Aufnehmen Ihrer Videos verwenden. Musik Nahaufnahmen machen Ihren Film lebendig. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020